Wenn du weißt, was du wert bist, dann geh hin und hol es dir. Aber nur, wenn du bereit bist, die Schläge einzustecken. Aber zeig nicht mit dem Finger auf andere und sag, du bist nicht da, wo du hin wolltest. Wegen ihm oder wegen ihr oder sonst jemandem. Schwächlinge tun das und das bist du nicht. Du bist besser. Das war's. Neue Folge, neues Glück. Letzte Folge war sehr hitzig. Viel Diskussion, mein Bruder. Ich bin schon ganz durchgeschwitzt von diesen Diskussionen. Diese Folge wird auch spannend. Es sind harte Kaliber da. Ich küss eure Augen, Jungs. Ich glaube, diese Folge wird ehrlich eine Aufgabe für uns. 1-3, das ist dein Moment. Was gedacht, mein Name ist 1-3. Ich bin 27 Jahre alt, komme aus Friedberg, Hessen, Wetterraukreis. Zur Musik, wir waren immer früher draußen, als kleine Kid, Scheiße gebaut, viel Rap gehört. Dann so die ersten Rap-Battles gemacht. Mein Auftritt war super. Wenig geschlafen, aber trotzdem, ich fühle mich vor der Kamera sehr, sehr wohl. Vor Mike sehr, sehr wohl. War Bombe. Lebe nicht schwarz-weiß, immer viel Szenario. Taschen voller Batze, mache mich nicht krumm für den Tagelohn. Dieses Material beschädt dir lange Nacht und Atemmung. Pass auf, dein Mein Bro, der sieht auch ohne eine Warnung rot. Margit flurrt, ich kann wieder nicht essen. 6-3 rennt, hat die Kisten und die liefern sich Action. Wir bedienen wie ein Lieferant verschiedene Ecken. Ich verdiene immer Riesen, wenn die ziehen oder peppen. Müssen fliehen durch die Stadt und verzieh' wie's verstecken. Ich hab Endorphine für alle, das Liebe zum Testen. Asoziale Mucke zwischen Untergrund und Raver. Mach ich jede Menge Geld, ich schleuter Buttos oder Bader. Dieser Flow, der ist so abgefuckt, die Trophys voll auf Keter. Immer draußen in der Nacht, mir fehlt ein Fuffi für den Zähner. Aus Zehner mach ich 20, ich schaffe 8-fach Inisat. Doch ich gebe weiter Gas, ich jag die 8, machst deinen Start. Vielleicht auch Rosé, Benjamin hat grad was da. Ich pendel zwischen Konten und besuch ihn, J.V.A.S. Freiheit für alle Brüder, ey, wir ficken diesen Start. Der Schnapp wird berechnet, wie ein digitaler Maß. Du bist Hater, deine Schnappe checkt bei Instagram ein Part. Sie sitzt auf mir und stöhnt mit ihrem dicken, fetten Arsch. Ich bumse auch, ach, das hat's Theo schon gesagt. Rapper reden von Kilos, wissen nicht, wie viel sie zahlen. Minusgrade, Whisky im Pappbecher, Endstation Klatscherei. Kittis mit Klappmesser. Dickie, Wage, mischt da, die will Nacktenner. Ate Team, Mr. T, hitt ich wie Bart Spencer. Minusgrade, Whisky im Pappbecher, Endstation Klatscherei. Kittis mit Klappmesser. Dickie, Wage, mischt da, die will Nacktenner. Ate Team, Mr. T, hitt ich wie Bart Spencer. Ich finde ihn gut, ich finde ihn krass, auch beatmäßig, oldschool. Stark nach vorne, erinnert mich ein bisschen an Theo. Ich hätte Haze gesagt. Haze, genau, Haze, danke schön, danke, ja, Mann, ja, ja. Ja, ein bisschen, hab ich auch gemerkt. Aber aggressiver auf jeden Fall. Ja, ja, safe. Hat einen guten OG-Touch so, oder weißt du, so. Diese oldschooler Boom-Bad Beats und so. Ja, safe. Ist geil, Bruder, ist geil, ja. Der erste heute, mal gucken, wie die anderen performen. Ähm, Ricklein. Was geht ab, ich mit Ricklein, 24 Jahre alt, um aus Köln. Der eine oder andere kennt mich vielleicht von damals, vom 4Squad. So hat alles angefangen. Dann kam ein Feature mit Juju. Habe ich das Ganze ernst genommen. Mein Ziel bei Rappbarue ist, einfach alles auf den Kopf zu stellen. Euch zu zeigen, wer ich bin. Den Auftritt, den ich gerade abgeliefert habe, ist der Anfang. Seid gespannt auf die nächsten Runden, wenn wir weiterkommen sollten. Da werden euch heiße Sachen erwarten. Ich komm mit Jungs, die nicht viel ablen. Jeder im Block hat die Mischade. Alle sind ungericht wie Piraten. Alle meine Gs, mein Bruder wollen in Kiesbaden. Ohne Grund verteilt man bei uns Backpfeifen. Schießt du zu für die Gang, kriegst du Abzeichen. NSL 500 auf 22 Zoll Kickdown. Seht uns nach Sushi-Stadt-Rafel. Mit der Beine, weil die Söhne in Knast reingehen. Freiheit für alle Brüder, USA in Peace. Auch wenn wir Fehler nicht einsehen. Jede Nacht vor dem Schlaffling gehen, Gottes Gebär. Ja, Selabi. Ja, Mama des Soles. Mit der Beine, weil Söhne in Knast gehen. Wir sind Ghetto, Ghetto, wir sind Ghetto, Ghetto, wir sind Ghetto, Ghetto. Bando Lero, Lero, Bando Lero, Lero, Bando Lero, Lero. Ja, wir sind Ghetto, Ghetto, wir sind Ghetto, Ghetto. Wir sind Ghetto, Ghetto, wir sind Ghetto, wir sind Ghetto, Ghetto. Jeden Tag machen wir nur Probleme, gehen gottlose Wege. Ja, der Kopf ist benebelt, machen illegal Money. Im Wetter Schatten einbrüche, wie Romanzi. Boah, Bruder, was habt ihr für eine Gruppe gemacht, ja? Okay, ja, zwei Straßentypen jetzt. Ich fand seine Hook cool, ja? Ja, fandst du nicht? Nee, das ist Ghetto, Ghetto. Nimm, nimm. Niemals, Mann. Fandst du nicht? Ich fand, der hat komplett reingeschissen in der Hook, Mann. Krass. Komplett reingeschissen, das ist komplett schief, alles. Und, äh, ja, warum versuchen die einmal Autotune reinzumachen, ich verstehe das nicht, Mann. Rap doch durch, Mann. Wenn du es machst, dann mach es hoch. Bruder, guck mal, wie authentisch. Ja, nee, du und ich, wir sind verschiedene Meinungen. Ja. Ich küsse dein Auge. Juri, was sagst du? Ich find's okay, aber die Hook hat mir jetzt gar nicht gefallen so. Ich fand den Part gut, aber ich fand den ersten Kandidaten besser, sag ich dir ehrlich. Krass. Weißt du? Jo, mein Name ist Moel030, ich bin 24 Jahre alt und ich komme aus Berlin-Kreuzberg. Zur Musik bin ich gekommen, schon in den frühen Jahren, ich war so 13 Jahre alt circa. Ja, ein bisschen Gebeatbox, ein bisschen sonst das. Und dann hab ich gemerkt, dass da in der Musik viel mehr steckt, einfach. Mein Ausdruck gerade war der Hammer. Ich hab 110% gegeben mit 0 Sekunden Schlaf. Ich hoffe, die Jungs haben auch viel Glück, denn Rap-Larie wird auseinandergenommen. Wir wollten immer, wir wollten immer, wir wollten immer schon hier raus. Wir wollten immer schon hier raus. Die Wolken sind doch immer grau. Wir rauchen Bubberts, nichts bringt uns runter. Lila 500, mein Traum. Es fehlte damals schon Vertrauen. Wie soll ich alles so verdauen? Nie wieder hungern, du denkst an Klunker. Glaub mir, nimm nur das, was du brauchst. Dass ich gestresst bin, merkst du an den Zigarettenstimmel. Ich bin im sechsten Himmel, wenn ich auf den Dächern chille. Der Officer will, dass ich in ein Becher pisse. Es geht um meinen Lappen, er denkt, dass ich das nicht besser wüsste. Ich rauch keine Zigaretten von meinen großen Brüdern. Respekt ist eine Sache, das lernt sie ich schon vom Frühjahr. Geld war leider meine Augenweide. Musste anfangen zu puzzeln, es waren tausend Teile. Doch die Teile waren zerstückelt, überall die ganzen Lücken und ich baute eine Brücke. Mein Herz weich wie ne Feder, kein Scherz, für dich streitet sich jeder. Wir wollten immer schon hier raus. Die Wolken sind doch immer grau. Wir rauchen Bubberts, nichts bringt uns runter. Lila 500, mein Traum. Es fehlte damals schon Vertrauen. Wie soll ich alles so verdauen? Nie wieder hungern, du denkst an Klunker. Glaub mir, nimm nur das, was du brauchst. Was ich brauch, rein... Super, sehr, sehr gut. Ich kenn ihn noch von der... Alle, ich hab den mit dir zusammen gemacht. Genau, wir haben den zusammen gemacht. Genau, genau. Deswegen und auf jeden Fall Moel, einer meiner Favoriten. Ich find ihn krass. Also hat er auch super abgeliefert. Also ich find auch, bis jetzt der Stärkste heute. Aber, Bruder, weil ich bin ehrlich, ich fand seine Bewerbung stärker. Ja, Acqua und Fuego war für mich stärker, Bruder. Diesen Punkt hab ich ja damals gesagt. Er hat leider einen Hit hinter sich. Ja, Mann. Und ich hab dir gesagt, der hat sich mit einem Hit beworben. Und er wird immer damit verglichen werden. Safe. Obwohl der Song gut ist, Bruder. Der Song ist mega. Der hat richtig gut abgeliefert. Der hat einen geilen Song gemacht. Aber man vergleicht ihn immer mit diesem ersten Song. Und das wird ein Problem sein. Aber trotzdem ist für mich heute in der Gruppe die Nummer eins. Er muss halt diesen einen Hit übertoppen. Das ist das Problem. Hör auf, Onkel Free. Ey, Moel, falls es bis zur nächsten Runde reicht. Gott geben. Noch ein Schippe. Und noch ein Schippe. Dankeschön, Juvie. Ich sag dir ehrlich, du hast ja gerade erwähnt wegen Erstsong. Ich kenn das nicht. Ich kenn es nicht. Ich sag dir ehrlich, jetzt von jetziger Bewertung von dem Song. Ich fand es gut. Ich fand es auch cool, dass er es so cool gemacht hat mit dem Part, dass es so Realtalk ist. Aber trotzdem auf coole Art und Weise. Und die Hook fand ich auch gut. Wie bin ich zur Musik gekommen? Das ist eine gute Frage. Ich habe länger schon Musik gemacht. Irgendwann nach zwei, drei Jahren dachte ich mir, komm, fängst du mal selber an. Packst du mal selber an. Fängst du an. Meine Ziele bei Rapp La Rue sind definitiv, ach ich mach mit dem Turnier nicht mit, um Freundschaften zu machen. Ich will auf jeden Fall den Titel holen. Wie mein Auftritt war. Ich war eigentlich ganz zufrieden mit meinem Auftritt. Also hätte besser nicht laufen können. Uzi Amo mit nem eigenen Flavor. Azizi Teli und nicht Major Laser. Komm von unten wie ein Elevator. Du brauchst Kelly, Baby, ich check dich später. Pari, Tripler, Paula, so wie Neymar. Junior Brasil, rollt das Trine Paper. Ganze Welt, der Schaff wie Julius Caesar. Packet 80 Tonnen MDMA. Zerfälze deinen ganzen Lieblings-Rapper, Uzi Amo und back den Namen, bleib' Bundesweit die Eins. Immer wenn dein große Hunger in mir schreit, amigo, hab ich wieder Bock, ich komme und zerfleisch. Kranke Marokinos ohne Passport, die fahren über Kontinente ohne Meshakel. Cannabipakete, Input, Ware aus, Barokko, Choyer Lieferung ist Multivitamin. Speedboots auf Mediterran. Shit zu fremd, bleib' man entspannt. Kripp-Posten, alle an die Wand, boah. Bikos haben hier nicht zu sein. Kiefesh, Choyer kennst meinen Namen. Speedjets sind getan, wenn wir fahren. Sieh, yesh, Hakim Amsterdam. Streetflex, Bandis, Balaman. Neun im Rücken wie Fernando Torres. Alman Kanak, so wie Mario Gomez. Uzi Amo, die hier fresh aus Gosse. Banos, Viertel, Frankfurt bis nach Soso. Ruin am Zohr, Choyer, ich baut Doros. Bin mit Bilal, doch ich nenn ihn Rordo. Rauch die Tammabrakas in der Borso. Träne Runde in nem fetten Noros. Uzi Rapp, ich hab genug von euch. Uzi rappt schneller wie Usain Bolt. Schleusevolle Taschen aus der Luft an seine Maschine, die aus Costa Rica landet, ich hab gutes Zeugen. Der Amo ist da, wenn der Rubel rollt. Choyer macht Platz, wenn der Uzi kommt. Spitte weiter, texte mir, egal wie lange es dauert, bleiben auf der Slada. Wir brauchen kein Publikum. Boah, Bruder. Das wird wieder ne schwere Entscheidung, ja? Ich sag dir ehrlich, mein Favorit. Bis jetzt mein Favorit. Also Parts. Ich sag's jetzt nicht nur wegen den Doppelteils, aber mein Favorit, Bruder. Ehrliche Meinung, Bruder. Wir sind hier, wir stehen für real, wir stehen für ehrliche Meinung, Bruder. Für mich, ich find Moel ein Stück besser. Aber ich hab ihn gerade auf einer Stufe so mit 1-3. Das spricht mich eher an. Vielleicht habt ihr noch eine, zwei Sachen. Weil ich find, wie er gefloat hat, das war sexy, Bruder. Das hört man gerne, Bruder. Ich finde, du kannst Moel jetzt nicht so 1-1 mit ihm vergleichen, weil das ist sehr verschieden. 1-3 mit ihm. Aber er ist auch sehr, sehr krass. Überkrass abgeliefert. Geile Performance. Super, super. Ja, UC sowieso. So, Snimer. 9-3-6. Heute ja raus, Doppelteils. Ja. Master Free Einfluss. Was gab, Leute, Jiggy mal hier. Ich bin 20 Jahre alt und ich komme aus Friedberg. Ich bin zur Musik gekommen. Einfach, weil ich Bock drauf hatte. Bruder, mein Ziel ist ein 63er und eine Million Euro Cash. Mein Auftritt, der war abnormal. Du greifst bei Stress nach deinem Handy, ich greif nach meinem Eisen. Unser Vorbild ist Ali, doch Boxen so wie Tyson. Ich hol dein Goldzahlen raus, ich muss dir niemand was beweisen. Meine Taten sprechen schon für sich wie serious, echte Zeile. Ich geb ein Fick auf deinen Rücken, denk dir, ich hab Angst. Dort in meiner Heimat hat man Kriegswaffen im Kleiderschrank. Kleine Kinder pushen Plakas auf nem Fahrrad. Wir kommen von ganz unten, haben Drogen, immer Paratrag. Ne scharfe 38er, weiß ich wie die Scheiße kam. Ich saß im Benz und tickte Schoko, bis nun mal die Einsicht kam. Ich tickte Packs weg und saß dabei noch in Fenton Benz. Meine Existenz ist nicht mehr wegzudenken. Du bist der Kank. Ich geb ein Fick auf wen du kennst. Meine Brüder, sie sind viel zu konsequent. Ein Schuss mit der Ghetto Pico Fels. Ein Schuss mit der Ghetto Pico Fels. Ich geb ein Fick auf wen du kennst. Meine Brüder, sie sind viel zu konsequent. Ein Schuss mit der Ghetto Pico Fels. Ein Schuss mit der Ghetto Pico Fels. Ich komm in sechs Sitze mit Crack-Tickern, bin Treffsicher, Bärbichermaruch, bringt Hasch, das knallt wie Khabissa 38er, Rost an der Schusswaffe, voll bewaffnet, weil ich auf Straße Plus mache 20 Gambinos, rennen 20 Casinos, ich platz rein in dein Bunker, du gehst 20 Kaminos Bobo Boxer, Shit, Kanak, Trag, Diet 9 wie Benzema, nein, wir kommen auf kein Nenner, du rauchst Hasch nur mit Henner Hängst am Bahnhof wie Penner und ich schlag grad die Heckler, denn die kleinen Notensöhne testen heute ein Gangster Warum meine Mucke klatscht, weil jede Zeile echt ist, Reifen quietschen durch die Straßen, Bruder, jetzt wird's brennend Wenig auf wen du kennst, meine Brüder, sie sind viel zu konsequent, ein Schuss mit der Ghetto Pico Fels, ein Schuss mit der Ghetto Pico Fels Okay, Jiggy Mal, boah Bruder, ey, ich sag dir ehrlich, schwer für mich heute Oh, für mich schwer Weil ich fand, also bis jetzt, Jiggy Mal war nice, war cool, aber kommt für mich nicht an 1-3 ran, nicht an Moel ran und nicht an UC ran Ja, und ich, ich sag jetzt auch warum, Bruder, ein Moel Bruder hat sich von dieser Gruppe abgehoben, finde ich, meiner Meinung nach Danach kannst du, mein Bruder Ein 1-3 mit diesem Boom-Bab, der war auch einzigartig, ja, die sind alle lyrisch in Ordnung, Bruder, die sind alle gut Ich würde, Alter, es ist schwierig jetzt, Bruder, ja Hauter Brocken, ne? Ich geh auf jeden Fall mit Moel erstmal Können wir da uns einigen? Ähm, für mich ist doch klar, also Moel muss 100% weiter und UC als Sosnheimer sowieso, also Bruder, die Sache ist, ich mag UC, gell? Aber ich kann das nicht einfach so durchwinken, weil ich, ich, ich belief an 1-3 auch irgendwie Und für mich ist keiner von beiden besser, ist so Geschmackssache Hier sitzen zwei Double-Timer, du darfst das nicht vergessen und in der ganzen Rapplerie-Staffel ist keiner mit Double-Time durchgekommen Und der Junge hat zersägt und er hat gerattert wie eine UC und er ist auch noch aus Sosnheim, Bruder, Frankfurt Ich will nur fair sein, Bruder, weißt du? Bruder, ich sag noch dazu, warte, warte, wenn ich, wenn ich unterscheiden muss, weil er sagt zwischen 1-3 1-3 Nicht 3-1, ne? 1-3, okay 1-3 und UC, sag ich UC hat mehr Star-Appeal, er sieht mehr aus wie ein Diamant, den man noch schleifen kann auf jeden Fall Und Sosnheim Ja, wir haben's Moel und UC auf jeden Fall auch meine Meinung Es ist ja egal, was du sagen Guck, mir leid 1-3, aber alle, auch Jiggy mal, auch alle krass Alle waren gut, Bruder, mein Respekt Genau, Bruder, alle einen Applaus für alle Jungs, das ist der Wettbewerb, weißt du? Es kann nur einen Gewinner geben im Endeffekt Und deshalb Moel, UC, Glückwunsch meine Jungs Nächste Runde, wir sehen uns ihr habt ihn